In diesem Video möchte ich einmal alle Objekte im Bau-Modus vorstellen, die mit den einzelnen Sims 4 Updates ins Spiel gebracht wurden. Hierbei habe ich mich auf den Bau-Modus konzentriert, vielleicht mache ich zum Ersteller einen Sim-Modus nochmal ein separates Video. Zuallererst wurde mit dem großen Geister-Update Anfang Oktober 2014 zwei kleinere neue Objekte, bestehend aus einem kleinen Geister-Gnom und einer neuen Audio-Anlage, ins Spiel gebracht. Deutlich spannender war hier das Pool-Update, mit dem diese sieben verschiedenen Objekte für den Pool eingebaut wurden. Anfangs hat ebenfalls jedes größere Update auch einen eigenen Gnom erhalten, was die Entwickler dann später nicht mehr gemacht haben. Direkt im Dezember ging es dann mit dem großen Karriere-Update weiter, welches das Spiel mit zwei neuen Karrieren und natürlich einigen neuen Objekten bereichert hat, die ihr hier sehen könnt. Neben dem Valentinstag-Update, welches diese Objekte im Bau-Modus hinzugefügt hat, gab es später noch im Halbwender-Update diese paar neuen Wand-Sticker, Türen und diese Wandlampe. Vor dem coole Küchen-Accessoire-Pack wurde natürlich die neue Spülmaschine, später ein neues Poster eingefügt. Das Grusel-Update hat insgesamt diese neuen Objekte bekommen, von dem Heimkino-Accessoire-Pack gab es ein paar neue Filmposter. Im April 2016 haben sich die Entwickler dazu entschieden, den tragischen Clown mitsamt diesen drei neuen Objekten wieder zurück ins Spiel zu bringen. Der September brachte dann die Dia de los Muertos Herausforderung, mit der ebenfalls viele neue Objekte in neuen Stilen eingebracht wurden. Das Kleinkinder-Update in 2017 war mit Abstand das Update mit den meisten neuen Objekten, welches dann mit einem großen Knall vor Vampire für alle Spieler veröffentlicht wurde. Hier haben die Entwickler ein nettes Paket an insgesamt 38 neuen Objekten sowie sieben Tapeten und zwei Fußböden geschnürt, welche auch heute noch ab und zu von mir benutzt werden. Ebenfalls überraschend kamen im April die Pflanzen-Sim-Herausforderung, die mit diesen drei kleinen Objekten verknüpft war. Später vor dem Elternfreunden-Pack konnten wir uns über diese drei neuen Wandlampen freuen, nachdem dann in einem späteren Update noch dieser Bilderrahmen für alle Spieler, die nicht in Deutschland gewohnt haben, hinzugefügt wurde. Sehr zufällig wurde als nächstes diese zwölf neuen Objekte im September 2017 implementiert, die laut dem Spielcode teilweise aber schon etwas älter waren. Nachdem vor dem Dschungel-Abenteuer Gameplay-Pack dieses neue Kleinkinderbett ins Basisspiel aufgenommen wurde, gab es dann im August letzten Jahres das größere Karibik-Update, mit dem diese zehn schicken neuen Objekte hinzugefügt wurden. Gar nicht so lange her sind diese vier neuen Objekte, welche mit dem Mode-Influencer-Update im November hinzukamen. Neben dem neuen Beruf konntet ihr im Baumodus da auch wieder das Gelände-Tool nutzen. Der Winter wurde wie jedes Jahr mit den neuen Weihnachtsobjekten sowie dem neuen smarten Lautsprecher für die Sims bereichert. Später dann im Januar gab es wieder ein themenbezogenes Update. Hier konnten sich die Spieler über die schicken elf neuen asiatisch inspirierten Objekte freuen, die die Entwickler implementiert haben. Jedenfalls elf neue Objekte bot uns das Freelancer-Update aus dem April, das natürlich auch eine neue Art von Karrieren ins Spiel brachte. Fast in der Gegenwart angekommen wurde mit dem Inselleben-Update diese beiden neuen Objekte hinzugefügt. Endlich haben die Entwickler an die Liegestühle gedacht. Als neuestes Update wurden natürlich die frei anpassbaren Treppen sowie diese 19 Objekte reingebracht, welche viele Spieler gefreut haben. Wenn man jetzt nur die neuen Objekte ohne die Baumodus-Option zusammenzählt, kommen wir auf 198. Eine doch große Übersicht, oder? Hättet ihr mit so vielen verschiedenen Objekten gerechnet, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!